die katze hat ja auch katze hatte ich herrlich so machen wir es so soll die raubkatze die jetzt mal in ruhe aufbüchen ich meine ich müsste mein belohnungslager um ich will die eigentlich gerne haben diese das sah so gut aus am anfang und dann kommen sie alle auf einmal wieder so 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 ich kann ihn nicht holen ich kann mich nicht ergreifen chrissi nicht da das ist das problem an der sache habe ich irgendwie ein lagerfeuer oder so dann wird es langsam scheiße kalt da ist eins gut ich würde das lagerfeuer das ist das problem an der sache ansonsten arbeite ich mich jetzt versuche ich mich jetzt ein bisschen an die jungen zu arbeiten scheiße der eine kommt noch da das hätte ich jetzt mit dem er jetzt der zweite der da steht irgendwie an die sind mein atem scheiße so 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 das war der plan so 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 Schaut er. Ich muss mich mal kurz immer orientieren, weil ich weiß ungefähr wie viel noch gegnern. Die sind in Ahnung bereits, das ist das Problem. Die ahnen, wo ich bin oder die wissen, dass hier irgendwie sich versteckt. Was heißt das, wo mir kommt einer hinterher geschissen? Ich weiß nicht, ob da noch ein zweiter hinter ist. Der guckt aber auch in meine Richtung die ganze Zeit, das ist das auch scheiße. Ich komme nicht raus, der muss sich wegdrehen. Ich komme auch nicht außen rum. Jetzt hab ich dich. Da müssen wir es halt... Oh, warte mal, step-by-step arbeiten. Den möchte ich mir noch holen. Ich schnauze. Weckungsdetektor, das ist wunderbar. Der nächste wäre dahinten. Also so geht es eigentlich tatsächlich. Nein. Scheiße. Na super ey. Und das ist das Problem, wenn wir uns gerade unten in dieser Falle sitzen und ich da jetzt gerade nicht rauskomme. Ich hatte... Ich war doch dran. Ich hab nur die scheiße Ecke nicht gesehen. Scheiße. Ich muss wieder in die Deckung rein. Ich hatte schöne... Ich hatte schöne... Ich hatte schöne Möglichkeit, den Arsch in den Arsch zu kriegen. Schnauze. Nein! Das war natürlich jetzt die... Scheiße. Scheiße. Ja, ich muss mir natürlich das zurückgebleiben. Scheiße. Nein! Jawoll. Jawoll. Wann hatte ich den Schnauze? Ich bin nämlich... Zum Leben. Das war natürlich jetzt alles andere als das Idealste. Weil der eine ist nicht so, weil ich weggestolpert bin. Ah, Mann! Geh mir nicht auf den Piss! Mann! Mann! Weil ich den... Weil ich da reingestolpert bin! Weil der mich gesehen hat! Weil ich den nicht take down konnte, den einen! Mann! Ich hab den gehabt, den Pisser! Ich hätte den so gehabt, ey! Ups! Sorry! Jasmin! Das wollte ich hier jetzt nicht sagen. Mann! Ich hätte den assume... Ich habe den alle noch und nach und nach gehabt, nur weil der eine oder ein... Meinte, nööööööööööööisch, lass dich nicht take down! und ich habe keine pfeile ich muss zurück ins dorf ich muss feile holen scheiße man ja ach man ich hatte sie hatte so viele von denen schon mittlerweile weg und dann kommt er und da will der einen mich nicht verrecken und dann muss ich dann natürlich ach man ist das scheiße ich muss jetzt mal ganz viel fleisch mitnehmen machen wir dann immer auch meine bestie mal zu machen scheiße man es wäre so schön gewesen es wäre so schön gewesen die nach und nach die dunks wegzuholen und dann sagt er mir nein ja das machen wir nicht weil der eine da die eine nicht verrecken wollte mann ey na gut dann machen wir was anderes ich dachte mir es wunderbar es wunderbar klappen aber nur weil ich dann nicht sterben würde ich der katektor machen konnte was ich denn gehabt hätte wenn ich denn mitglaubt hätte hätte ich die steppe aus dem weg gezogen komplett gut dann mache ich hier mal einen feierabend wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei let's play warte mal ich muss mal irgendwie anmarkieren fuck ich da alter ich bin gerade ein bisschen mit dem Adrenalin weil ich hätte die so weg geholt ich hätte die Jungs so weg geholt wenn der eine mir nicht wenn ich mir nicht abgestürzt wäre oh man es hat so viel es kam gerade so viel durcheinander in dieser Mission ach ich brauch ein Rotblatt ach leck mich doch das hier konnte ich jetzt wie ich nicht kann ich mein Ventilchen nicht wiederbeleben scheiße schhh ach schon ach sch das ist hier und wie Ich brauche dringend wieder neue Dings dabei. So. Warte mal, ist das nicht Rotblatt da hinten? Oh ja, bitte. Ich kann meinen Tiger wieder übernehmen. Ich fühle mich gerade wohl, wenn ich den Tiger wieder habe. Scheiße, Alter. So, bist du wieder da? Boah, scheiße, Alter. Mann, ist das ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Fuck, war, war, no.